Heike Haube fragt, wie viel Freizeit hat ein Prof und wie häufig ist da an der Uni? Ja, also ganz ähnlich gelagerte Frage. Also vielleicht fangen wir mit der zweiten Teilfrage an. Es gibt ja ein Regularium, das besagt, man sollte also an mindestens drei Tagen, glaube ich, Lehrveranstaltungen haben, an mindestens vier Tagen an der Hochschule sein. Ein Tag ist tatsächlich bewusst geplant, dass man auch Industriekontakte haben kann und so weiter, Konferenzen, alles was damit zu tun hat. Und ich bin jemand, der wahrscheinlich im Schnitt eher viereinhalb Tage die Woche an der Hochschule ist, aber es gibt natürlich durchaus Kollegen, die auch deutlich seltener da sind.